Was ist hier los, bitte? Ich bin zum Islam übergetreten. Alhamdulillah. Ah. Was heißt denn da Aha? Die Nina ist zum Islam konvertiert. Online. Es geht tatsächlich. Ich hab's gegoogelt. Ich heiße jetzt Fatima. Sie hört öfter sein Spliss. Ich gehe aber wieder vorbei. Bismillahirrahmanirrahim. Du bist so gestört. Und du bist eine Rassistin. Hauptsache, man glaubt an irgendwas. Die Nazis haben auch an irgendwas geglaubt. Niemand weiß, was seine 16-jährigen Kinder so treiben. Die hat schon angefangen, mit Bomben zu basteln. Und jetzt ist sie im Entschärfungsdienst im Bundesheer. Bundesheer? Die 16. Da machen sie sowas. Das hab ich ja auch noch verstanden. Drogen und Schulschwänzen. Aber jetzt sich hier so einen religiösen Zwang unterwerfen? Der Islam ist grad voll Hipster geworden. Na, was kommt als nächstes? Heiraten? Bringen Sie Ihre Tochter zu Palumst? Sie sind die Moslems. Für Sie ist das Kopftuch normal. Es gibt für alles eine Lösung. Verboten Sie das nicht. Irgendwas ist passiert zwischen Oben, Ohne und dem da. Aber was? Wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum assalam heißt das. Immer leichter Verfaschings, Gschnaß. Na, wir müssen zur Hochzeit unserer Tochter. Und wir haben uns auch ziemlich eilig. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020